Guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Dead Island 2. Ja, heute haben wir endlich die Sammeltour vor uns. Also wir werden heute die restlichen Nebenquesten einsammeln und eventuell auch versuchen die Suchmeldungsquesten und vielleicht sogar Informationen einzusammeln. Also wir sind beim letzten Mal fast ans Ende der Hauptstory gekommen. Die werden wir auch noch machen, aber ich will wirklich erstmal alle Nebenquesten und Suchmeldungsdinge einsammeln. Eventuell auch die Geldkassetten und aus selbem Grund stehe ich jetzt übrigens gerade hier. Ich habe die Waffen vom letzten Mal übrigens schon verkauft, außer einer, nämlich den Pieke. Den habe ich nicht weggegeben, weil der könnte eigentlich relativ nützlich sein, weil wir haben keine Stechwaffe und die brauchen wir eventuell. Eigentlich kann ich mich direkt wieder aus dem Bild packen gerade, weil wir werden jetzt mit der hier reden. Ich weiß übrigens nicht, wie lange das heute dauern wird, aber wir werden zu 100% nicht mit der Hauptstory weitermachen. Ich habe mich jetzt aus dem Bild gepackt, weil wir uns heute wirklich nur auf die Nebensachen konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt in einem Stream schaffe. Vielleicht werden wir da zwei Streams brauchen. Aber wir nähern uns wirklich langsam dem Ende von dem Spiel. Das Kissen ist besessen. Das Kissen ist nicht so weit, wie wir es erwarten können. Es gibt mehr in der Mitte. Ich habe nur die Daten, um es zu tun. Ich glaube, jemand wird mich überraschend fragen. Ich glaube, so. So, some colleagues and I placed four seismometers in the sewers to gather readings as soon as we noticed. We got in through the Bel Air Access Tunnel not far from here. Our little field trip did not go well. I need you to collect our data. Oh, shit. Sorry to hear that. We soldier on. The devices you're looking for come in special locked containers. Each one has a key. Get the data from all four and bring it back to me. The sooner, the better. The more we know, the better our chances. Right. Get the Quake data from the special containers. I'll be back. Und der Grund? Sagt der mir hier nach unten? Der sagt mir nach unten. Die ist höchstwahrscheinlich da unten beim Kanalisationseingang. War ja das, die Sicherung hier auch. Ich gucke gerade hier noch auf die Karte. Da werde ich auf jeden Fall noch runter gehen. Ich habe auch hier noch eine Geldkastfette zu holen. Ich würde jetzt allen voran aber erst einmal zu der Tante reisen, die immer Körperteile haben will. Wir müssen auch dieses ganzen Scope-Dinge abführen. Hi there, Constant. Cataclysm. Noun. A sudden, violent, and large-scale event marked by overwhelming upheaval and destruction. Also, an event that brings great changes. Also, deluge, or flood. Also, abrupt, political, or social upheaval. Also, catastrophe. From the Greek word for deluge. From the roots meaning down and to wash. Okay. Das wird nämlich jetzt auch noch lustig. Wir müssen bei jedem Bereich diese Teile nochmal absammeln. Weil die gelten, glaube ich, auch für diese interessanten Orte. So, Beverly hielt sich aber als erstes einmal hin. Weil da müsste eigentlich die Körperteilefrau gerade was wollen. Übrigens immer bei Tag. So, erstmal Karte gucken. Wusste ich's doch. Auch wenn es auf der Karte nicht angezeigt wurde, auf der Schnellreisekarte. Die dort will natürlich was von uns. Hotspocken, Hotspot. Im Übrigen mit den... Oh, da ist Mutanten-Hotspot. Mit den Kampfherausforderungen, was die einzelnen Zombie-Arten angeht, da kann ich nicht versprechen, dass ich das überhaupt noch innerhalb des Projekts schaffe. Das kann ich wirklich nicht versprechen. Also, ich gucke mich auf jeden Fall jetzt an jeden Ort nochmal genau um. Einfach nur so ein bisschen peripher, dass ich eventuell noch Scopes finde. Weil die haben ja auch Nachrichten. Die ich jetzt erst abhören kann. Das ist übrigens auch doof, dass die Dinger wirklich erst ganz zum Schluss irgendwie abgehört werden können. Finde ich richtig kacke. Also, hier ist definitiv schon mal keiner. Ich weiß ja, wo ich hin will. Wir gehen da als allererstes jetzt direkt abhin. Ich muss niemanden hier auf eine spezielle Art und Weise töten. Also, ihr könnt nicht mal. Die wird bestimmt diese Mutantenherzen haben wollen. Da wette ich drauf. So. Bitte sag mir, du hast frische Materialien gebracht. Ja, Mutantenherzen. Wie viel will sie denn haben? Drei. Ich habe eins, glaube ich. Wartet, Rucksack. Ja, ich habe eins. Das sehe ich hier unten. Und die kriege ich halt nur von denen. Ich glaube, da ist es dann aber egal, was ich abhacke. Ich würde sagen, einfach den Arm abhacken, der nicht aussieht, als hätte Freddy Krüger ihn rausgezogen. Wenn wir bei ihm für YouTube an der Stelle, das lasse ich drin, Häuser, wo ich jetzt beispielsweise kein Scope oder so eine Geldkassette finde, weil ich werde ja, wie gesagt, alles nochmal ablaufen. Dafür werde ich höchstwahrscheinlich zwei Streams brauchen. Die schneide ich einfach raus. Also, ihr seht dann wirklich nur Häuser, wo ich dann auch was finde. Tschüss. Hier ist nix. Ist halt eine Sammeltour, ne? Ich kann auch nicht versprechen, dass das jetzt unbedingt das Spannendste auf der Welt sein wird. Aber ich will halt schon alles mitnehmen. Weil das ist auch Story. Tschüss. Zombie-Jagd? Äh, was habe ich abgeschlossen? Das Britzit. Ach, die Zehn hat Schock-Zombies. Hier haben wir zum Beispiel nochmal eine neue Nachricht. Anleitung zum Stumpf will nicht sein. Warte. Jetzt habe ich das, äh, weggebrückt. Vielleicht kann ich das ja nochmal abspielen. Anleitung zum Stumpf will nicht sein. Warte, Sammler-Stücke. Wenn man sich aus dem Zombie anhört, ist das heute mal lustig. Ich habe mich jetzt gerade noch mal wieder lauter gestellt. Meditationsgur, der hat ja in dem Zombie viel gebracht. Der, äh, der Zombie war schön entspannt. Äh, seht ihr? Es lohnt sich nochmal hier überall lang zu gehen. Dann seid mir diese Nahe ich nicht gesehen. Also ich werde höchstwahrscheinlich schon bei fast jedem Haus was finden, Leute. Wie gesagt, ich gehe jetzt in jedes Haus rein. Das hier zähle ich als abgehakt. Da gehe ich ja so oder so nochmal hin, wenn ich Mutatoren habe. Als nächstes markiere ich mir die Geldkassette. Ja, sorry, Gruppe. Ich weiß nicht, warum ich nicht wegtrete. Oh, hier liegt was. Vorzugsevakuierung. Wie sieht's aus, Mann? Also, ich kann euch mal das andere Schlange sehen. Hier sind alle ziemlich nervös. Was habe ich gesagt? Es versuchen zu viele hier auf diesen Weg hier rauszukommen. Sagt der Typ, der immer noch in seinem Haus sagt. Nur Idioten überstürzen alles. Man muss das System austricksen. Hab herausgefunden, dass es Vorzugsevakuierung aus den Notaufnahmen gibt. Die Patienten werden mit dem Hubschraubern vom Dach abgeholt. Nur schön, dass du nicht in der Notaufnahme bist. Das werde ich aber, wenn ich vom Fahrt gestürzt bin. Das gebrochene Beide ist mein Ticket hier raus. Kumpel, hier herrscht der ein totaler Wahnsinn. Deswegen kommt doch kein Krankenwagen mehr. Ist halt denn, der Krankenwagen verursacht meinen Unfall. Und ich habe da diese Flugblätter, mit denen man die Leute überreden will. Sich evakuieren zu lassen. Ich sage einfach, ich helfe der Army. Die nehme ich bestimmt mit. Komm jetzt hierher. Ich stauke dich in die Schlange wie jeder andere auch. Ich höre da eine Sirene. Wir sehen uns, du Arsch. Wie ist es gelaufen? Kumpel? Ich glaube, es ist nicht so gut gelaufen. Mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, ein Spezialzombie, der es wert wäre. Ja, der Schwabengeher. Warum bist du hier? Übungsziel? Okay, das ist ein spezieller Gegner. Der wird irgendwas bei Essig haben. Kann man ihm die Beine eigentlich wegsprechen? Nein! Nein! Ich habe ihn zumindest am Ende das Bein offenbar kaputt gemacht. So, was hattest du denn, Schlüssel? Nikis Beuteschlüssel. Okay. Das könnte eventuell sogar der Kasten sein, wo ich gerade hin will. Brauchst gar nicht aufstehen. Hier ist ein Scope. Muss aber erst mal den Rucksack leeren. Ich weiß schon, warum ich durch die Häuser ziehe. Okay, Konstant. Konstant! Quarantin. Now. A period, place, or state of enforced or voluntary isolation. Intended to prevent a disease or digital infection from spreading. From the late latin term, meaning 40 days. Ja, nicht da drüber? Nee, ist ja auch egal. Ich denke, in jedem Haus gibt es, wenn nur so ein Scope. Ja, hier, die Kopfkampf-Belohnung von ihr können wir überlegen. Und Arten sterben. Eine spezielle... Äh... Magnum. Eine spezielle dicke Wumme. ich habe gerade kurz im fachbegriff vergessen gehabt revolver kann ich vergessen was ein revolver ist also wir haben einen speziellen revolver gerade gefunden ansonsten kein scope show patron nehme ich immer gern kann ja eigentlich auch ich kann ich nicht jetzt gesagt ich kann ja hier auch über die karte gucken ja hier ich kann hier drüber gucken reißungs dinger liegen ja auf jeden fall noch rum diese interessanten orte sind einfach diese nachrichten wie zum beispiel die scopes die man noch absummeln kann oder die geldkassetten deswegen laufe ich ja hier noch mal komplett durch ansonsten scheint hier nichts gewesen zu sein aber wenigstens kann man in dem haus auf gut munition mal eben kurz noch mal sammeln ich sehe den schreier doch von hier rennt und mitarbeiterin ich muss mir ja zum den da kümmern der schlimmer obwohl der schreie ist schlimmer aber gegen kann ich wenigstens schnell recken so die bombe hat mir viel gebracht tot tot und verderben wir werden jetzt auch mit aller höchsten wahrscheinlichkeit all die schlüsse finden können aber wir sind ja wirklich am ende vom spiel und es wäre unlogisch wenn wir sie jetzt nicht finden könnten auch diese suchquests müssten jetzt eigentlich alle auftauchen wenn ich vor ort bin also hier haben wir jetzt auf jeden fall den rennt und abfall den können wir wahrscheinlich auch direkt hier holen ist ja die kist an die ich ran will ist nur ein schlöfer gut gefangen kollege ich kann mir vorstellen wo der in die kassette ist das ding dass ich einfach mal gerade aktiv können die mir gar nicht auf den geist gehen hier ist ein schlöfer hier ist ein Schlauch zurück in der Werkbank ok konstant ok Okay, jetzt kann ich ja eigentlich auch so gucken, ne? Ne, mit den interessanten Orten zählt es nicht dazu? Hä? Okay, diese Scopes will ich aber trotzdem abspannen, weil es sind ja schon wichtige Nachrichten. Ja, da unten ist mein Objekt der Begierde. Du bist gerade erst von meinen Augen gespawnt. Du glaubst doch nicht, dass ich dir abkaufe, dass du einfach nur ein Prop bist. Was zählt denn alles als interessanter Ort? Ich weiß nicht, warum ich die Lampe gar nicht erst anhabe. Schraubenschüssel sieht lustig aus. Aber die zählen doch als solche Orte, oder? Ja, die Kisten zählen auf jeden Fall. Ich glaub, die Scopes zählen nicht, aber die normalen Nachrichten zählen. Wie soll man die denn vernichten, bevor die sich mutieren? Guck mal, der ist doch jetzt schon mutiert. Oh, ich hab den Vorarbeiter gefunden. Äh, nein! Lass das! Weißt du, du störst dich jetzt gerade auch überhaupt nicht, ne? Ich ergesse die ganze Zeit zu springen. Wer nervt gerade? Oh, Level 30. Maximale Kopffreiheit. Okay. Bin ich ehrlich gesagt useless. Aua. Aua. Also, ein... Miniboss von denen? Unangenehm. Aber wenigstens kannst du deinen Kameraden auch Schaden zufügen. Ich hab's geschafft. Ich hab ihn geblockt. Wie soll man die denn ausschalten, bevor die sich irgendwie transformieren? Das verstehe ich nicht. Weil ich treffe die ja mutiert schon an. Okay, der ist tot. Warst du so frei und hast ein Herz getropft? Nein. Aber wenigstens hab ich die Schlüsse des Vorarbeiters. Ja, der ist auch geklärt. Hau mal ab. Dieser flammenexplodierende Fußkick, ne? Der ist so geil. Wenn ich den habe, ist mein Leben wesentlich einfacher. Okay, hier sehe ich jetzt nix rumliegen. Warte mal. Das hatte ich nebenbei beim Kampf gesehen. Da vorne lag eine Nachricht auf dem Boden. Sehen diese Bosse eigentlich als interessante etwas so? Nö. Magst du mir die Nachricht, die ich gerade eingesammelt habe, auch irgendwann mal anzeigen? Danke. Klauterstunde. Quiz. Wie die einfach alle Quiz heißen. Ich muss mal Dampf ablassen. Dafür sind unsere Chats da. Nur zu, ich brauche auch mal ne Pause davon, diesen giftigen Mist hoch und runter zu schleppen. Da war dieser Typ, der hat schon 10 Meter gegen den Wind nach Freigeist gestunken. Und irgendwas davon gequatscht, dass Zombies nur kranke Menschen sind und wir doch bitte nicht auf sie schießen sollen. Und so nen Scheiß. Jeder glaubt, das reicht auf freie Meinungsausdauerung und nen Aluhut zu haben. Aber lästlich bin ich es dann, der alle, die gerade jemanden an Diesel-Freaks verloren haben. Da ein Hindern muss, solch einen Typen den Schädel einzuschlagen. Ist wohl von derselben, ein simsiblen Sorte, was? Vollidiot. Wir hatten doch auch so einen Kerl im Hotel. Hat sich aufgespielt, als wäre er ein Genie. Nichts davon ist real. Niemand stimmt wirklich. Die Regierung lügt uns an. Das wird ein Teil übrigens das Einzige sein, weil ich nicht absuche, weil da habe ich keinen Bock nochmal durchzurasen. Und lügt uns an, das ganze verdammte Programm. Wir haben ihn mit einem Zombie im Zimmer eingesperrt, damit er mal einen Realitätscheck macht. Juhu. Dafür kann man richtig Ärger bekommen. Warum glaubst du, hat Boka ihn heute zum Räumdienst abkommandiert? Ihm ist nichts passiert. Lol. Wir haben dem Zombie die Zähne und die Krallen gezogen und wir haben ihn die ganze Zeit im Auge behalten. Aber zehn Sekunden haben den Kerl gereicht und er hat die Hosen gestrichen voll und eine ganz neue Perspektive gewonnen. Muss hat er dann nach nicht mehr viel gesagt. Witzig. Bei mir am Check-In ist nicht viel passiert. Außer dieser Familie mit dem seltsamen Namen. Nicht die Eltern, das war ein normales. Und die Kinder hießen Albon, Merdo, Green und Yamada-Dark. Wofür sie ihre Eltern jetzt wahrscheinlich hassen. Helfe. Würde ich auch. Na, das ist doch mal eine krasse Geschichte. Das sind Charaktere aus Gimita of the Dragonflyers. Meine Kinder sind besessen von dem Scheiß und du hast wirklich nichts erzählt, Sanderson? Ich habe da eine Lady angefertigt. Abgefertigt. Die hatte ein riesiges frisches Pfeilchen. Sie sagte, sie sei gestört, aber wir mussten sie trotzdem schenken. Keine Bisse, kein Fieber, nur jede Menge alter Blutergüsse. Das Flutticket war auf den Namen ihres Mannes ausgestellt. Er war nicht da. Sie sagte, die Zombies hätten ihn erwischt. Und sie sah dabei aus wie der glücklichste Mensch der Welt. Wow, krass, aber gerecht. Ich sehe jetzt übrigens oben rechts. Na, wie 30 ist offenbar echt Maximum. Also das Hotel ist wie gesagt wirklich so einer der Orte, den ich eigentlich überhaupt nicht absuchen will, weil ich weiß, dass das zum Kotzen ist. Da wären elf Sachen und da müsste ich halt durch, glaube ich, drei, vier Etagen nochmal durch. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Woran erkenne ich einen Mutator vom Weiten? Woran habe ich die Möglichkeit, die im Voraus zu erkennen? Also bevor die sich transformieren. Ich glaube, für das Mutantenherz muss ich den auch durchgehend in die Brust schießen. Als ob das Wasser nicht gerettet hat. Guck dir mal die Welt von unten an. Scheiß drauf, wenn mich so eine Schrumpflinze einmal erwischt. Überlegende Nahkampfeinschläger-Mod. Ah, davon habe ich jetzt die Stufe 3 Version. Ich weiß jetzt schon, dass ich dafür lange brauche, als alles abzusuchen. Es kann sein, dass ich dafür mehrere Streams brauche, aber diese aneinanderschneide. Wachstums-Stopp! Ah, daran erkennt man die. Okay. Die sehen aus wie so Krebspatienten. Was war das andere, was ich jetzt hier bekommen habe? Dann kriege ich auch das Herz, wenn ich die vorzeitig ausschalte. Okay, Augen aufhalten nach Krebspatienten. Klingt fies, aber die sehen halt wirklich genauso aus. Aber schön, dass ich das jetzt weiß. Die kann man auch tatsächlich recht schnell umbringen. Also es ist nicht unmöglich. Tatsächlich habe ich so das Herz sogar eher bekommen, als sonst. Ich habe den Türsteher gefunden. Weg, weg, weg. Ah. Den Namen brauchst du nicht, ne? Das war der Türsteher. Selbst als Zombie hat er seinen Job noch ernst genommen. Dafür ein großes Lob. Er hat weiter das Haus bewacht. Hier ist ein Scope. Wart mal, dafür gibt es doch bestimmt einen eigenen Reiter. Ja, dieses Wort des Tages. Ich denke mal, zehn fehlen mir noch. Und ich war jetzt auf jeden Fall bei der einen Station, wo eins ist. Also da, wo wir heute gestartet haben, da in dem Gebiet, da wüsste ich auf jeden Fall, wo ein Scope ist, vielleicht sogar zwei. Weil bei dieser Kackhaufen-Familie, die hatten ja wirklich alle irgendwie so einen ganz komischen Namen. Da war ja mindestens ein, zwei Scopes. Okay, aber hier den Bereich, den haben wir jetzt definitiv fertig, abgesehen von den Mutatoren. Aber da wird sie schon irgendwie finden. Wieso komme ich hier nicht raus? Ich komme hier einfach hin und wieder zurück, wenn ich das Herz habe. Liebestour. Okay. Genau, bleib einfach liegen. Tausend Container. Die Herausforderung werde ich innerhalb dieses Projekts definitiv nicht schaffen, noch 2000 Container zu durchsuchen. Ich habe ja hinten, das ist ja wirklich innerhalb des gesamten Projekts, habe ich jetzt 1000. Da müsste ich das Spiel ja fast dreimal nochmal durchspielen, nur um diese Container vollzukriegen. Also was die Herausforderung angeht, die werde ich nicht alle mehr innerhalb dieses Projekts schaffen. Da werde ich mich auch nicht mehr so stark drauf fokussieren. Ach, du hast eine Nebenquest für mich. Ja, sofort. Ich schaue mich hier eben kurz noch um, ob du so ein Scope-Ding hier rumliegen hast. Okay, ich packe mich jetzt einmal ganz kurz aus dem Bild. Und dann höre ich mir mal an, was du zu sagen hast. Bestimmt sehr interessante Dinge. Ja. Nah, Lists aren't my style. Hm. I... Dammit. I gotta ask a favor. And I hate asking favors. Go for it. So when we wised up, a lot of us wrote last letters home, even though we couldn't send them. You'd find them when clearing out dead lockers. Hundreds by the end. They all went in the burn bag, but I scanned them out on a memory stick first and slipped it to a gunny who was shipping out. But his ride got swarmed. All those final words, just lying out there. On a tiny little USB? There's no bodies going home. Those letters are everything. You're right. Why you not up to it, soldier girl? I can't jeopardize my mission. I got no illusions about surviving. I just want to know those letters got home. Okay, I get it. I'll go. Fucking A. Okay, there's comms gear in the base. You can upload them there. Comms gear? Could be useful. Alright, I'm out. You're honoring hundreds of brave soldiers. I feel so fucking proud. I'll be rooting for you. Okay. Das machen wir als nächstes. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Okay. Mit meinem Gewehr kann das wahrscheinlich sowieso nicht mithalten. Äh. Schießpulver kann ich mir eigentlich immer verkaufen. Ich sage euch, ich werde sogar noch einen weiteren Stream brauchen, um das alles abzusammeln. Oh, okay. Okay, das ist schießt. so tschüss den konvoi lokalisieren hier vorne hier sind richtig viele geld kassetten noch die dreck wenn ich rauskomme soll auch direkt eine sein notkarte ich schüsse eventuell schon längst dann nicht nachricht und gegen marcus daily der wir hatten mit trouble earlier with the warm-up Let's see if he's recovered And that's the belt, starting at 330 Daley coming in strong, 350 Great lift, wow Guess he managed to recover all right Moore is still working on 330 I'd say he looks good for it Daley already on to 390 Huge opening He's definitely going for it Moore is on 350 Oh, Daley in Down I wasn't able to Here come the medics I wasn't able to see if it was a shoulder break What the? Daley's back on his feet and he's Destroying the stage Oh, you hate to see it You know, especially after last year's abuse With Lorenzo Nadeau We got security moving in now All right, we should be back in the competition And just, Jesus He's fighting more No, Jesus Daley's eating more My God We'll be back in a No, no, get away from So, many special zombies This is the convoy All right, keycard and USB Where are you hiding? Okay No good? Nope Irgendwo hier wird was liegen Von Interesse Irgendwo bei diesem Convoy Den habe ich ja gerade erst über den Haufen geschossen Hier sind auch nochmal Vorräte Nothing here Liegen hier auch nochmal Vorräte? Ja, ich habe sie nur nicht gesehen Okay Oh, yeah Need the key Nochmal Standbild Plus Taub Watch it Hostiles to your north Ich erwähne das extra, damit ihr nicht denkt Hier, ich habe irgendwie jetzt gerade ein Problem mit OBS Sondern ich hatte dieses Problem gerade selber Das kommt bei diesem Spiel irgendwie das Öfteren vor, dass der Sound einfach verschwindet Und nicht ein Standbild habe Ich verstehe es selber nicht warum Wenn irgendwer weiß woran das liegt, dann darf es mir gerne mal erzählen Wie geht es so? So? Hoppets? Ich habe gehört, ich mache Haserei Komm mal ein bisschen näher án Die kommen von den Süden, sagst du? Ich zerleg die einfach. Tschüss. Da kommt noch mal einer. Warum? Wildkultensuppe. Ach, war der hundertste Schutzanzuggeher. Wie gesagt, ich weiß, dass ich nicht alle Erfolge mehr innerhalb des Projektes schaffe. Aber ich will auf jeden Fall alle Nebenquests mitnehmen. Und die Scopes, die würden mich auf jeden Fall interessieren. Die normalen Nachrichten, die finde ich jetzt nicht, äh, sind es wert, dass ich da nochmal eine ganze Karte für absuche. Pam. Ja, das ist interessant da. Ja, das ist interessant. Das kann ich ja jetzt wieder zurückbringen. Komisch, dass hier keiner, äh, mit einem Safe-Schlüssel für mich jetzt rumgelatscht ist. Vielleicht da an dem Zelt. Also ich gucke nach dem Stream sowieso nach so einem Guide für die Scopes, weil ich echt, äh, wenig Lust habe, die wirklich, äh, frei Hand zu suchen. Ich hab die bestimmt, äh, während den ganzen Streams schon alle gesehen. Aber ich hab keinen Bock da, äh, mich erstens durch die Dateien zu kleben. Oder... Und nochmal, wie gesagt, alles abzusuchen. Und das würde mich so viele Stunden kosten. Da gucke ich, dass ich jetzt heute die Nebenquests alle erfülle und beim nächsten Mal die Scopes dann mitnehme. Von denen ich dann nicht weiß, wo sie sind. Gelbkassetten versuche ich natürlich auch mitzunehmen, aber... All right, let's get this USB inserted. Warning, this is an unscheduled transmission. Alarm will sound. Hey, shut up! I'm doing a good deed here. Och, hi. Nein, geh weg mit deinem Drecksmaul. Guten Appetit. Das will ich nicht, das will ich haben. Hier ist auch nochmal so ein richtig fieser Schlachter. Von denen ich bisher nur einen gesehen hatte. Aua. Der hat mich ins Feuer reingeschubst. Moin ich das nochmal machen. Hier ist die ComScare. Und der kommt dann da wahrscheinlich direkt nochmal raus. All right, let's get this USB inserted. Warning, this is an unscheduled transmission. Alarm will sound. Hey, shut up! I'm doing a good deed here. Einfach gucken, dass der so schnell wie möglich drauf geht. Ich weiß wohin damit. Jetzt knall ich dir ein und du bist Dreckstiel. Sitz, die. Tot. Block T geschlagen. Ernsthaft jetzt? Ah, ich habe auch meine drei Mutantenherzen. Ja, sofort. Ich schaue mich hier noch um. Also ich kann auf jeden Fall auch die Mutantenherzen gleich abgeben gehen. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwo was interessantes. Umschauen schadet ja nicht. Wie viele diese scheiß Mutatoren auch aushalten, ne? Unglaublich. Ich habe den jetzt, glaube ich, 40 Kugeln auf seinen Mutantenherz verpasst und es hat ihn kaum gejuckt. War, glaube ich, ein Mückenstich für ihn. Na ja, sofort. Jetzt kann ich mit reden. Wir müssen uns sprechen. Wir haben versucht, hm? Hast du noch andere Ideen? Ich habe dich da gesehen. Ich habe nie gesehen, dass es so. Du bist aus L.A., richtig? Eine Art oder andere. Dann behalte die Letters. Vielleicht eine weitere oder andere? Natürlich. Dann ist das alles. Ich bin primed. Das ist der Grund, so heißt es? Gehe. Oh, Präsidionsschüsse. Das wäre eigentlich ganz praktisch auf der Karabiner. Toll, kein Platz für das Ding. Für solche Sequenzen packe ich mich ja wie gesagt, äh, immer aus dem Bild. So, die blauen Dinger verschrottig. Wui. Ich habe einen Händler, der geht neben mir. Oh, sie verkauft sogar eine gute Uzi. Warte, ich muss meine Uzi gleich holen. Ja, du bist nie und immer besser als meine jetzige. So, hier an dem Turm sind wir definitiv fertig. Da ist noch eine Geldkassette. Da müsste ich auch wieder hier alles absuchen. Ich würde sagen, den Geldkassetten biete ich jetzt auch nicht unbedingt die größte Aufmerksamkeit. Die hole ich mir, wenn ich die, äh, Viecher dazu sehe, aber ansonsten lasse ich die Dinger auch in Ruhe. So, Trent will was von uns. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Ich war, was ich in der Parking-Lot zu verkleinig. Und ein Kunt wurde auf meine Brühe. Trei zu schreien es, und dann... Boah, es geht über die Wände. Ja, das ist freaky, nicht? Da ist das Schöne. Da ist die Schöne in den Zombien. Oh, ich bete das ist das Ding, die sich dann schreien. Oh, ich wusste es, Mann. Es ist nicht ein Virus. Es ist, wie... ...Gym Food! Klorin-Chicken, Antibiotik-Beef, es ist alles in der Bühne drin. Vielleicht. Ich werde mehr von den Gunk testen, um irgendwelche Theories zu testen. Ich glaube, ich weiß, wo du die gute Sachen kannst, ja? Die größte Zombe, das ist wo. Du musst auf die Strongest Man-Kump. Die Rohde-Soak-Douche-Bags werden Gunk-Mines. Ja, ich glaube. Ja, und die Sewer-Outfall? Ja, es gibt eine Toxik-Waste in den Jahren. Ich meine, es muss keine schlechte Turke, die in diesem Oven kürzen. Schöne Idee. Hey, danke, Mann. Ich werde es schauen. Ja, ja, du siehst, oder? GM-Foods, Mann. Okay. Noch einer der Innereien haben sie. Trent, du verbringst all die Zombie-Teile, wie ich dich gefragt habe? Define. Burn. Alter, die standen alle gerade so heftig im Weg. Diese Seuche auf die zu nutzen, ist auch immer ganz spaßig. Hey, hier liegt eine Nachricht. Direkt eingesammelt. Keine Zeit. In der Notiz an Tommy Rosen spruchs. Hey, kleiner Loser. Opa Kurt hier. Es tut mir wirklich gleich, Kleiner. Aber ich werde es nicht zu deiner Party nächste Woche schaffen. Natürlich würde ich gerne rüberkommen und dich von deinen ganzen kleinen Freundinnen gut dastehen lassen. Aber ich bin gerade ein bisschen krank und nicht sicher, ob sich das in nächster Zeit ändern wird. Du musst also deinen Charme für uns beide spielen lassen. Ich werde mich erst erst verabschieden. Ich weiß, es läuft gerade alles ziemlich aus dem Ruder. Und du fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen weniger tapfer als sonst. Vertrauen mir. Das wird schon wieder. Weißt du noch, als wir letzten Sommer bei Oka Pete waren und alle runter in den Keller mussten, weil der Tornado gewühlt hat? So ähnlich ist das jetzt auch. Es geht vorbei, Tommy. Es geht bald vorbei. Mach dir bloß keine Sorgen um deinen alten Opi. Ich werde jetzt mal eine Runde schwimmen gehen, ziemlich weit raus. Aber bitte geh bloß nicht nach mir suchen. Wir wollen doch nicht zusammengesehen werden, bei all den tollen Babes hier. Ich liebe dich, Tommy. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Witze-Seite. Ja, da haben wir unseren Spezial, Tommy. Wartet. Damit geht's schneller. Bürger 66 Spinn-Schlüssel. Ich weiß nicht mal, ob das der hier wäre. Gehen wir erstmal dorthin und holen uns das Neben-Quest-Ding ab. Ich gebe auf jeden Fall auch noch die Mutantenherzen heute ab. Ich mach jetzt heute schon extra ein bisschen länger. Weil wir werden noch richtig lang brauchen. Shane's Hut. Das ist wie Clue-Territory. Einmal runter. Ach, das stinkt's gonna get in my hair again. Da soll ich jetzt runter. Boah, hier unten kann ich den Sprung-Tritt so gut wie gar nicht nutzen. Richtig fies. Ich glaub ich nehm mal die Strohklinze. Ich glaub ich nehm mal die Strohklinze. Was ist, ne? Ich weiss, ne? Ich glaub ich nicht. Schau. ich hatte den schaden davon macht sich jetzt extra so weit runter wofür musste ich mich jetzt extra hier durch quetschen war doch vollkommen unnötig die explosion von dem einen hat den mich rein gebetet und dadurch wurde er noch mehr weggekriegt ich habe dich gesehen hat er irgendwas getroppt liegt auf jeden fall was für mich zum lesen es ist nein ich fahre ich mache es es ist es Ich weiß, dass dein Vater eine dumme Dinge gesagt hat. Er weiß, dass er falsch ist und ist ein Idiot. Und er ist sorry, dass er dich weggezogen hat. Hey! Als ob ich diejenige, dass wir uns bereitgestellt haben, dass wir uns bereitstellen müssen. Whatever das bedeutet. In 200 ft. Turn left. Der Punkt ist, ich möchte uns zusammen sein, und wir lieben dich. So viel. Don't miss the turn this time. Do you wanna try it in this? Shit! Just go faster, they're already dead. I know they're dead. Turn left. Turn left! Turn left where? Right there! Oh! What are you doing? This is the fucking beach! You said turn! Get on to the beach! Eh, what do we do? Through that gap! What gap? There! Go right! Go right! Just do it! I can't! Turn! Fucking turn! Just shut up! Ich glaube nicht, dass sie das überlebt haben. Aber schön, wie die sich vorher erstmal noch drum schreiten, wo der Abbiegen so irgendwo nicht. Ah! 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 Für die vermisste Person Shane habe ich gerade was eingesammelt. Ja, das liegt wahrscheinlich auch wieder irregeil. Schalt mal auf die andere Quest. Vielleicht bin ich ja gerade in der Nähe. Ah! 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 Hey, ich hab eine Wege gehabt? Das sind ja eh nicht viele Ich habe einen Nail gefunden Du bist jetzt weg, huh? Dein Blocker Das war mein 10. Feuersturm Typ Ah, das macht meine Raserei Dauer höher War das so eine Schlüssel bei dir? Du solltest ihn hören, Frau Also was ging bei Lifeguard HQ? Ich hab dich Ne, verzweifelt gesucht Ich konnte euch nicht finden, also hoffe... Ne, warte, Shane spricht, ne? Ne, ich konnte euch nicht finden, also hoffe ich du kriegst das Ich finde, es ist verrückt hier zu bleiben Hast du gesehen, was da abgeht? Die Armee kann das nicht aufhalten, das kann niemand Ich habe gehört, dass ein paar von den anderen sich auf freiwillig melden wollen Ich habe ein Treffen im Hauptquartier einberufen Und zu versuchen, ihnen das auszureden Versuch nicht auf meinem Telefon Das ist kaputt oder so Und mach nicht deine Schicht zu Ende Komm einfach zu dem Treffen bei Sonnenuntergang Völlig egal, was zwischen uns passiert Ich will auch nur, dass du sicher bist Shane Wo ist das? Ach, das ist jetzt an dem anderen Ding Okay Dann gehen wir wieder auf Organspende Wir machen Organspende auf jeden Fall noch fertig Und das andere Und wir geben auf jeden Fall noch die Sachen ab Ich renne jetzt hier einfach durch Ich renne einfach durch Weg mit dem Kopf So muss ich den Kopf verlieren, die Dame Ich renne gleich an den Ort meiner Bestimmung Dann haben wir hier zumindest alle Nebenquesten abgeschlossen Jetzt mal wirklich auf die Teile geschissen Die Gate-Kassetten Hup-Up, Rose Zeig mir, was du hast Oh Ich habe nur gesehen, dass da eine Armee an der Band kommt Ich habe nur gesehen, dass da eine Armee an der Band kommt Noch einen gesiegt. Oh, da kam was von hinten. Ah, es ist eine Wangelei. Ah, ich habe Raserei endlich abgeschlossen. Ah, genau in seinem Kopf geplatzt. Ich bin hier gleich E-Bahn im Laden. Ach, ich habe hier noch Einschlüsse, ne? Ja... Könnte eventuell Schlüssel zu der Kassette sein. Jo, ich lag richtig. Magen-Bypass. Ist wieder eine Spezialwaffe. Ist mir egal, dass da der Alarm not geht. Ich muss ja nur hier über den Zaun. So, klettert man da drüber, Jungs. Stimmt, ist der Rettungsschwimmer eigentlich hier jetzt? Ich war eben überhaupt nicht drauf geachtet. Wir sind auf jeden Fall Noah und Esther, unsere beiden Reporterinnen. den Rettungsschwimmer sehe ich jetzt hier nicht. Den Rettungsschwimmer sehe ich jetzt hier nicht. Den Rettungsschwimmer sehe ich jetzt hier nicht. Ich frage mich dann einmal kurz aus dem Bild. Ich frage mich. Ich frage mich, nicht zufrieden. Ich hatte eine gewisse Gunk. Ja? Ich wusste es immer. Du musst dich natürlichen. Ich bin kein Gemfood für mich. Ich bin meistens vegan. Fast? Oh, Gewalt habe ich bekommen. Ja, das könnte man eigentlich auch auf fast jede Waffe draufpacken. Und eine neue Numenkarte habe ich auch bekommen. Okay, man kann es verlängern, indem man seine Gesundheit dafür opfert. Also das Quest angeht, sind wir beim Venite Beach auf jeden Fall jetzt fertig. In die Uber muss ich so oder so nochmal. Da unten war ein Schnee-Reise-Ding, das habe ich null gesehen. Bei Leer müssen wir die noch machen, die eine Quest. Ich gehe jetzt erstmal nach Beverly Hills und bringe einmal die Mutantenherzen. Okay, einfach in den Eimer damit. Nein? Was willst du? Äh, die eventuell letzten Nebenquests bei dir? Was da mittlerweile schon alles drin ist? Ich hätte jetzt schon erwartet, dass du nochmal eine Nebenquest für mich hast. Ja. Ich würde sagen, ich reise jetzt zum Pier und mach dann da jetzt eventuell für heute Schluss. wie gesagt, für die Scopes gucke ich mal, dass ich mir eventuell so einen Leitfaden raussuche. Und für die gibt es bestimmt irgendeinen Leitfaden irgendwo. Wir haben beim Pier noch zwei Kästen vor uns. Hier haben wir noch haufenweise von diesen Suchmeldungsdingern. Da wird sich schon noch irgendwie zeigen. Da gucke ich als allerletztes. Weil er die eine Mission haben wir schon angenommen. Hier ist noch eine Nebenquest, Leute. Die zeigt sich aber glaube ich erst, wenn ich hier wieder zurückkomme. Also ich muss einmal hin und zurück kreisen. Ich mach das einfach mal so. Wir genießen einen schönen Ausblick. Mehr oder weniger. Ich sag mal hier, dass wir hier jetzt für heute Schluss machen. Nee, ich guck dann beim nächsten Mal, dass wir noch weiter mit den Nebenquests machen. Wir werden da ein bisschen brauchen, Leute. Also ich werde da noch mindestens zwei Streams für brauchen. Mindestens sag ich. Es können sogar noch ein paar mehr sein. Wir sind auf jeden Fall schon recht nah am Ende. Diese Suchmeldungsquests sollten wir auf jeden Fall in nächster Zukunft mal ein bisschen bevorzugen. Aber Leute. Wenn es euch gefallen hat, Leute. Der heutige Stream beziehungsweise das Video auf YouTube. Abonnt und Like später da lassen. Auf YouTube. Follow auf Twitch. Und von der YouTube-Gemeinschaft verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.